Die Erwärmung der Erde geht uns alle an. 195 Regierungsleiter haben vereinbart, den Energieverbrauch zu reduzieren. Haushalte werden immer effizienter, aber mit den größten Anstrengungen kann hiermit nicht mehr als 12% des Energiegewinns erreicht werden. Erst vor wenigen ein Leben mit Diabetes kann kompliziert werden. Sei es für die Patienten selbst, ihre Betreuer oder ihre Helfer. Insbesondere, weil man täglich die Insulindosis berechnen muss. Und was, wenn es eine einfache, sichere und wirksame Anwendung für das selbstständige... Sieben einfache Schwimmregeln, die dein Leben retten können. Stellen wir uns vor, du schaust durch die Urlaubsfotos deines Freundes, der gerade vom Strandurlaub zurückgekommen ist. Was fühlst du? Neid? Nein? Ist es Angst? Nun, dann sitzt du im gleichen Boot mit... Kritischer Faktor. Was ist das? Unter dem Begriff kritischer Faktor wird die Schwelle zwischen dem Bewusstsein und dem Unterbewusstsein bezeichnet. Sie können sich den kritischen Faktor auch als Türsteher vor einer Disco vorstellen. Sie haben sicherlich auch schon den Begriff, du kommst hier nicht rein. Die Technologie ist unaufhaltsam und wird unser Leben in den kommenden Jahren vollständig verändern. Erstmals ergibt sich durch neue Methoden für klein- und mittelständische Unternehmen die einmalige Möglichkeit, davon zu profitieren und ein größeres Stück vom Kuchen abzunehmen. Willkommen bei Getriebe- und Motoren.de Hat Ihr Fahrzeug einen Defekt am Getriebe oder Motor und Sie suchen eine kostengünstige Lösung? Oder sind Sie als Fachwerkstatt auf der Suche nach einem zuverlässigen Partner? Dann sind wir Ihr qualifizierter Ansprechpartner mit langjähriger Erfahrung im Bereich...